Yoga, Energiearbeit und Ayurveda, das sind Simone Sauers Methoden, um dich zu einem glücklichen und gesunden Leben zu führen. Simone, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, hallo, ich bin genau Simona, ich bin 45 Jahre alt, habe eine Tochter, die ist 14 und ja, habe meinen Weg im Yoga und Ayurveda gefunden. Ich habe früher für ein Pharmaunternehmen gearbeitet in der internationalen Kommunikation und habe dann, als Yoga in mein Leben kam, mein Leben verändert. Es hat sehr viel verändert, ich habe mir aber mich selbst erfahren, habe auch das große Glück gehabt, eine ganz tolle Yoga-Lehrerin zu haben, die mich da wirklich sehr schön in dieses ganze Thema eingeführt hat. Ja, und bin jetzt seit 2018 selbstständig und gebe in dem Rahmen Yoga-Stunden in Offenburg, hier im schönen Schwarzwald, Yoga-Retreats, Yoga-Wochenenden und in der Praxis, in der Ayurveda-Praxis in Offenburg. Das, ja, letzte Woche wurde dann Ayurveda-Zentrum eröffnet und da bin ich auch Teil des Therapeuten-Teams, genau. Ja, sehr schön. Ja, total schön, also auch was du da verbindest und auch was du da ausstrahlst, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, Ayurveda ist ja auch so viel mehr. Ja, das ist ja nicht nur Ernährung, sondern da geht es ja wirklich um die Gesundheit und du verbindest ja auch in deinen Retreats Yoga mit Ayurveda und das ist ja auch eine ganz besondere Kombination. Magst du da nochmal ein bisschen was erzählen, wie das dann bei dir abläuft? Also welche Elemente fließen hier mit ein? Ja, also bei den Wochenenden ist es so, dass ich da ganz großen Wert drauf lege, dass die Menschen einfach, die kommen ja alle aus ihrem Alltag letztendlich und dass die Menschen einfach wieder mehr in ihrem Körper ankommen, wieder mehr das Bewusstsein entwickeln, ja, sich wieder mehr zu spüren einfach auch. Ja, oft sind wir ja so im Außen und funktionieren im Alltag, sodass es mir ganz wichtig ist, dass die Menschen erstmal ankommen, in ihrem Körper ankommen, sich zu spüren und ja, letztendlich geht es bei den Wochenenden auch immer darum, was fehlt mir denn vielleicht gerade, dass damit mein Leben wieder in Balance geht, was darf sich vielleicht Altes verabschieden an Gedanken, an Gefühlen, damit ich einfach gestärkt aus diesem Wochenende rausgehen kann mit neuen Ideen, mit Inspiration, wie es für mein Leben einfach auch weitergeht. Also letztendlich ist es viel mehr einfach auch als Yoga zu machen, Yoga ist sozusagen das Tool, um bei sich im Körper anzukommen, aber ich mache diese Stunden auch sehr energetisch und ja, ich würde sagen, man kommt immer mit sehr viel Inspiration, neuen Ideen einfach aus so einem Yoga-Wochenende raus. Und letztendlich geht es ja immer im Leben um Balance, ja, wo ist mein Leben, vielleicht gerade nicht mehr in Balance, was braucht es denn, damit ich wieder in diese Balance zurückfinde und da gibt es halt eben ganz wertvolle Tools im Ayurveda, die ich dann einfach auch in meine Yoga-Wochenenden mit einfließen lasse, damit man auch für sich ein besseres Gefühl bekommt und ja, es wird auch getanzt bei meinen Yoga-Wochenenden, es wird viel gelacht, es fließen auch mal ein paar Tränen, also es ist einfach so ein Gesamtpaket, ja, ich versuche schon den Leuten auch mehr an die Hand zu geben, wie einfach auch dieser körperliche Aspekt von Yoga, genau. Ja, das ist eine ganz tolle Kombination auf jeden Fall und du erzählst es ja auch so schön und mit so viel Leidenschaft, das finde ich total toll immer bei dir und wo finden denn diese Retreats statt, also wo ist so ein Moment, wo sind deine Locations? Ja, also ich habe im Moment zwei Seminarhäuser, das eine, das ist in Rogelsen, also im Elsass, ein sehr, sehr schönes Haus, also bin ich auch sehr, sehr dankbar, das für mich gefunden zu haben, die Besitzer des Seminarhauses sind auch mittlerweile sehr, sehr gute Freunde von mir und ja, es ist mitten im Wald, die Location, wunderschön, das Haus, die Einrichtung, ganz toll, wenn man dort ankommt, hat man so das Gefühl, ich möchte eigentlich gerne mal von dort gehen, weil das so eine besondere Energie hat, einfach auch dieses Haus, weil das mit so viel Liebe einfach auch gemacht wurde und es gibt Pferde, es gibt Hunde, Hühner, die über den Hof laufen, ja, Katzen, ja, es sind einfach, und diese Tiere sind auch meines Erachtens wirklich auch ganz besonders, also die spiegeln einfach auch diesen Ort wieder und ein Wochenende dort zu verbringen, dort gebe ich auch, ja, verlängerte Wochenenden von Donnerstag bis Sonntag, ja, weil die Leute erfahrungsgemäß einfach auch nicht nach zwei Tagen, nach zwei Nächten dort weg wollen und ja, da kann halt eben wirklich ganz viel an Transformation stattfinden und ja, der Vogelsenhof lässt sich auch immer was Neues ausdenken, ja, die werden demnächst auch eine Sauna im Wald bauen, eine Plattform, wo man draußen auch Yoga machen kann, die haben jetzt den Seminarraum letztendlich, es war vorher so ein Familienzentrum, ja, wo viele Familien einfach Urlaub gemacht haben und haben den Raum innerhalb kürzester Zeit jetzt auch ausgebaut, ja, sodass da ein ganz, ganz toller Ort entstanden ist und ich werde demnächst auch so ein Video dort machen, einerseits für den Vogelsenhof, andererseits für mich, da wird so ein Imagevideo entstehen und da bin ich auch schon, ja, ganz aufgeregt und ganz freudig, ja. Das kann ich mir vorstellen. Und die zweite Location, wo ist die bei dir? Genau, die zweite Location ist im Schwarzwald, das ist in dem Kurort Baden-Weiler, ist ein Feng Shui-Haus, also alles nach Feng Shui ausgerichtet, mit einem wunderschönen Feng Shui-Garten, auch ganz liebevoll geführt von einer Schweizerin, die, ja, einfach ihre Gäste auch sehr, sehr nett empfängt und in dem Moment, wo man in das Haus eintritt, merkt man schon, okay, man lässt den Alltag hinter sich, man kommt an, man kann auch die Zeit dann auch nutzen, also bei meinen Yoga-Wochenenden wird es auch immer Zeit geben, ja, wo man einfach für sich schauen kann, möchte ich die in dem Feng Shui-Garten verbringen, möchte ich die auf meinem Zimmer verbringen, möchte ich in die Sauna gehen oder vielleicht auch den Kurort besuchen, da gibt es auch eine Therme, die man auch besuchen kann, eine Saunalandschaft und, ja, also für mich auch eine total rundum, ja, hunde, hunde Geschichte, ja. Ja, total schön, vor allem auch, dass du da wirklich auch so Locations gefunden hast, die auch zu dir passen und wo du auch sagst, da spürst du auch diese Energien und da kannst du auch dein Potenzial hier voll entfalten und den Menschen halt dieses Ganzheitliche auch wirklich mitgeben. Genau, ja, darum geht es letztendlich, ja. Ja, total schön. Ja, und ich habe ja auch schon was Leuten gehört, dass es vielleicht für dich auch nochmal in eine andere Richtung geht, also, dass es Zusatzangebote auch noch geben wird und in welche Richtung möchtest du denn gehen? Ja, also ich merke einfach bei den Wochenenden, dass, ja, vieles sich bei den Menschen auch einfach auch verändert, die mit anderen Ideen, mit einem anderen Bewusstsein aus den Wochenenden auch rausgehen und da möchte ich einfach dahingehend noch die Menschen mehr begleiten, indem ich auch noch eine Coaching-Ausbildung machen möchte, ja, um einfach die Leute dann eins zu eins einfach auch mehr begleiten zu können. Und ich finde die Laura Malina Seiler auch sehr, sehr inspirierend. Da überlege ich jetzt, ob es da mehr noch in die Richtung geht, bei ihr vielleicht eine Coaching-Ausbildung zu machen, damit ich auch in Zukunft Online-Coachings ausbilden oder anbieten kann. Oder das auch hier in Offenburg, ja, meine Yoga-Leute, die bei mir regelmäßig Yoga machen, ja, einfach noch besser begleiten kann. Weil die Zeiten sind einfach sehr herausfordernd und, ja, ich denke, wenn jeder die Möglichkeit hat, an sich zu arbeiten, für sich eine Vision einfach auch hat für das Leben, das kann sehr, sehr helfen, einfach auch kraftvoll in die Zeit zu gehen, die uns jetzt vielleicht einfach auch noch bevorsteht. Ja, das ist eine wertvolle Erfahrung, die man dann auch machen kann, weil, wie du schon sagst, also die Zeiten sind herausfordernd und wenn man da in sich ruht und auch bei sich angekommen ist, dann lebt es sich auch leichter. Genau, ja. Ja, sehr schön. Simone, zum Abschluss habe ich immer noch eine Frage. Was bedeutet für dich ganz persönlich Auszeit? Ja, eine Auszeit bedeutet für mich, erst mal Alltag, Abstand vom Alltag zu finden, ja, also mich mal aus meinen ganzen Rollen einfach auch rauszulösen. Ja, wir sind ja ständig irgendwie in Rollen unterwegs und die Möglichkeit zu haben, wirklich mal fernab von allem wirklich bei mir anzukommen. Das bedeutet auch, mich mal aus allen Social-Media-Kanälen rauszunehmen, mein Handy mal auf die Seite zu legen, die Möglichkeit haben, einfach auch in die Natur zu gehen und ja, einfach wieder mehr ins Spüren zu kommen, mit mir, ja, zu spüren zu kommen, wo geht es für mich in Zukunft hin, was darf ich vielleicht loslassen, was darf ich mehr wieder in mein Leben integrieren, um letztendlich auch kraftvoll aus so einer Zeit einfach auch rauszugehen. Und ich, also meine persönliche Erfahrung ist einfach, wenn ich wieder mehr ins Spüren gehe, mit mir mehr ins Spüren gehe, dann weiß ich auch letztendlich, wo mein Weg wieder lang geht. Letztendlich liegt ja alles in uns, die ganzen Antworten liegen in uns und wenn wir da wieder mehr die Connection zu uns haben, dann kann das einfach ein wunderbarer Wegweiser sein für die Zukunft. Ja, das hast du sehr schön gesagt, auch weil gerade diese Rückzugsmöglichkeit, wenn man sich die einfach auch nimmt und gönnt, ganz egal, ob es eben auch für sich allein ist oder in einem Retreat, dadurch kann man halt sein Leben auch wieder ganz neu ausrichten und wieder zu sich finden. Und das ist wirklich das Wichtigste, damit man seinen Weg geht, seine Ziele verfolgt und auch glücklich einfach ist. Und das ist doch das Wertvollste. Ja, genau. Ja, schön. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview heute, Simone. Und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.